hallo ihr lieben ich bin gerade in unserem lager denn unsere neue bio trinkkokosmilch ist endlich angekommen und auch ab jetzt für euch im shop zu kaufen und die will ich euch jetzt mal zeigen kommt mit hier ist schon die palette und das ist sie ist erhältlich im 500 milliliter tetra pack und das ist quasi der drg kokos drink den könnt ihr pur trinken gekühlt oder erwärmt mit kokosblüten sirup oder ihr könnt sie benutzen um ein kakao anzurühren sie können sie im kaffee trinken im müsli import zum backen nutzen die verwendungsmöglichkeiten sind absolut vielfältig und ja ich wundere mich gerade warum es hier so ein bisschen chaotisch aussieht weil das ist normalerweise nicht so dann wird doch schon jemand genascht haben aha erwischt der bruce was machst du denn hier ich trinke gerade kokosmilch ich will sie probieren die trinkkokosmilch und wie schmeckt sie sie schmeckt sehr gut ja na komm das lassen wir jetzt auch nicht entgehen da hast du echt nicht so viel versprochen wirklich super lecker schmeckt total frisch und ganz sanft nach kokos also ich finde ihr solltet auch unbedingt probieren ab in den shop mit euch